Viele von euch, einschließlich mir, sitzen sicherlich meist einige Stunden täglich vorm PC. Ob zum Arbeiten oder Zocken, Computer sind aus unserer heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken und sind ein grundlegender Bestandteil unseres Systems geworden. Was bei den vielen Stunden der PC-Nutzung häufig unterschätzt bzw. vernachlässigt wird, ist die richtige Beleuchtungsumgebung am Arbeitsplatz. Warum das Thema so wichtig ist und was BenQ mit ihrer Screenbar E-Reading Lamp dagegen zu bieten hat, das alles erfahrt ihr heute in diesem Video. Viel Spaß! Im Zusammenhang mit der Thematik Licht am Arbeitsplatz hat BenQ mich kontaktiert und mir ein Produkt zugesendet, welches in Zukunft das Problem mit der richtigen Beleuchtung anpacken soll, die BenQ Screenbar. Bevor wir uns aber genauer anschauen, welche Funktion diese Lampe bietet und ob sie sich auch in der Praxis bewähren kann, möchte ich kurz die Frage klären, warum die Beleuchtung eigentlich so ein wichtiges Thema ist, vor allem im Bereich von PC, Arbeits- bzw. Zockerplätzen. Neben der Bereicherung durch PC-Systeme und Smartphones gibt es natürlich auch die negative Seite. So schön digitale Bildschirme auch sein mögen, auf Dauer können diese unseren Augen allerdings schaden. Wir alle haben schon mal spät in der Nacht im dunklen Raum vor unserem Handy noch schnell ein YouTube-Video geguckt oder nachts durchgezockt. Da ist ja auch grundsätzlich auch nichts gegen einzuwenden, wenn das nicht allzu oft passiert. Eine helle Umgebung sorgt gleichzeitig auch für eine niedrigere Belastung der Augen und ermöglicht somit auch längere Bildschirmphasen. Außerdem kann man mit dem richtigen Licht auch die Produktivität und den Spaß steigern ohne gleichzeitige Augenbelastungen. Alles in allem sprechen also sehr viele Punkte für die Wichtigkeit einer guten Umgebungsbeleuchtung am Schreibtisch. Widmen wir uns nun aber dem eigentlichen Produkt dieses Videos, BenQ's Screenbar E-Reading Lampe. Sie soll zukünftig dafür sorgen, dass wir immer eine angemessene und gesunde Beleuchtungsumgebung an unserem Schreibtisch haben. Kurz vorab, das Produkt wird gerade erst langsam in den europäischen Markt eingeführt und ist somit nicht immer sofort erhältlich. Das soll sich aber Informationen seitens BenQ zufolge in den nächsten Wochen noch ändern. Bevor wir uns den einzelnen Features widmen, werfen wir vorerst einen Blick auf die Verpackung bzw. auf den Verpackungsinhalt. Dieser ist ziemlich schlicht gehalten. Zwei China-Blättchen, wo keiner was mit anzufangen weiß, sowie den drei wesentlichen Komponenten. Zum einen der Beleuchtungsstab bzw. die Lampe an sich, gefolgt von der flexiblen Halterung und einem ganz einfachen USB-Kabel. Was ich schön finde, ist, dass die einzelnen Produkte bzw. deren Funktionalität bereits auf der beiliegenden Pappe erläutert werden. So blickt man vor allem schnell durch, was die Steuerung der Lampe angeht. Technisch gesehen kann man über dieses Produkt nun wirklich nicht meckern. Die ca. 21 cm lange Screenbar wiegt zusammen mit der Halterung knapp 1 Kilo, was vor allem dem Extragewicht an der Halterung zu verschulden ist. Sie verfügt über einen B-Color LED-Streifen mit 2700K und 6500K Lumen, die die Farbtemperatur ausmachen und eine 1000 Lux hohe Beleuchtungsstärke. Sie ist aus Aluminium gefertigt und macht einen sehr hochwertig verarbeiteten Eindruck. In meinem Test konnte ich keine unsauberen Stellen oder wackelige Plastikelemente ausfindig machen. Insgesamt also ein hochwertiges Produkt mit einer hohen Farbbandbreite. Das Ganze hat natürlich auch seinen Preis, die Screenbar ist mit 100 Euro Verkaufspreis, nämlich nicht gerade billig, ganz im Gegenteil. Bevor ihr aber sofort abschaltet, wartet aber noch kurz und überzeugt euch davon, welche Vorteile diese Lampe euch im Alltag bietet. Die Montage ist denkbar einfach und binnen Sekunden durchgeführt. Das Lampenmodul wird ganz einfach in die entsprechende Halterung geknipst und anschließend, wie im Video gezeigt, auf euren Monitor gesteckt. Es werden Monitore mit einer Tiefe von maximal 3 cm unterstützt. Das Ganze funktioniert kinderleicht und sollte euch keine Probleme bereiten. Anschließend versorgt ihr die Screenbar mit Strom über das beigelegte USB-Kabel und die E-Reading-Lampe ist einsatzbereit. Einige aktuelle Monitormodelle bieten eigene USB-Anschlüsse an, die perfekt dafür geeignet sind, die Lampe zu betreiben. Das USB-Kabel ist aber auch lang genug, um das Produkt zum Beispiel auch an euren PC anzuschließen. Und bereits an dieser Stelle habe ich einen kleinen Kritikpunkt. Solltet ihr eine Webcam besitzen, müsst ihr diese leider demontieren oder je nach Größe eures Monitors neben die Screenbar platzieren. Da ich keine Webcam besitze, bin ich nicht von diesem Problem betroffen, aber ich wollte es auf jeden Fall mal angesprochen haben. Nachdem ihr die BenQ Screenbar angebracht habt, könnt ihr sie einschalten. Dafür befindet sich auf der Oberseite ein per Touchscreen bedienbarer Power-Button, mit der die Lampe jederzeit ein- und ausgeschaltet werden kann. Des Weiteren befinden sich dort drei weitere Touchscreen-Buttons, die der Lampensteuerung dienen. Zum einen haben wir hier den Automatikmodus. Bei der Berührung dieses Buttons passt sich die Screenbar über einen verbauten Sensor an eure Umgebung an. Sprich, sie regelt Helligkeit und Farbtemperatur anhand eurer Umgebungsbeleuchtung. Ist der Automatikmodus aktiviert, so leuchtet ein kleines grünes LED-Lämpchen. Ein weiterer Button ist zur manuellen Verstellung der Farbtemperatur in dem besagten Lumen von 2700K bis 6500K zuständig. Im Klartext bedeutet das, dass ihr die Farbtemperatur von einem kalten Blau bis zu einem sehr warmen Gelb regulieren könnt. Der vierte und letzte Knopf ist zur manuellen Verstellung der Helligkeit. Und ich kann euch sagen, die Lampe ist auf vollster Helligkeit echt extrem hell und sollte für alle Bedürfnisse ausreichen. Insgesamt also eine recht übersichtliche und einleuchtende, ja moin kleines Wortspiel muss los, Steuerung mit dem kleinen Nachteil, dass in meinen Tests der Touchscreen nicht immer hundertprozentig zuverlässig funktioniert hat. In den allermeisten Fällen gab es keinerlei Probleme, aber ab und zu muss man dann auch noch ein zweites Mal drücken, um die gewünschte Veränderung zu bekommen. Wenn ihr eure richtige Einstellung an Farbtemperatur und Helligkeit gefunden habt, so könnt ihr euch um die Ausrichtung der Screenbar kümmern. Diese ist nämlich um 20 Grad nach vorne und hinten drehbar, so könnt ihr die Lampe perfekt ausrichten. Dank des Designs ist die Lampe auch wirklich blendungs- und spiegelfrei. Die LED-Lichter sind so angeordnet, dass sie weder euch blenden, noch für Spiegelungen auf dem Monitor sorgen. Und genau das ist das, was mich an der Lampe so fasziniert. Kommen wir zum Ende des Reviews noch kurz zu meinem Fazit. Mit der Screenbar E-Reading Lamp hat BenQ ein Produkt auf den Markt gebracht, welches auf Dauer unsere Augen ein Stück weit entlasten könnte und unser Ambiente mit ausreichend viel Licht versorgen kann. Sie ist qualitativ hochwertig verarbeitet und kann extrem einfach montiert werden. Sie bietet eine große Bandbreite an Farbtemperaturen, die die Konzentration und Produktivität durchaus fördern können. Außerdem nimmt uns die Screenbar keinen Platz mehr auf dem Schreibtisch weg, wie es bei herkömmlichen Schreibtischlampen der Fall war, dafür aber den Platz für eine Webcam. Der Automatikmodus funktioniert sehr gut, auch wenn der Touchscreen manchmal nicht sofort reagiert. Die beworbene Blendungsfreiheit kann ich so bestätigen und ich konnte keine nervigen Spiegelungen auf meinem Desktop feststellen, dank des gut durchdachten und durchaus auch edlen Design. Der Preis von 100 Euro ist zwar ziemlich hoch, meiner Meinung nach aber noch im akzeptablen Bereich. Falls ihr Interesse an dem Produkt haben solltet, habe ich natürlich auch einen Amazon Link in die Videobeschreibung gepackt. Von dort aus könnt ihr euch weiter über die Lampe informieren und sie euch eventuell auch anschaffen. Ich bin wirklich begeistert von der Screenbar und nutze sie jetzt auch sehr gerne privat. An der Stelle möchte ich mich nochmal für die reibungslose Zusammenarbeit mit BenQ bedanken, die mir das Produkt freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben, aber natürlich keinerlei Einfluss auf den Inhalt dieses Videos genommen haben. Was haltet ihr von der Lampe? Gefällt sie euch oder habt ihr Kritik dazu? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, ich bin sehr gespannt auf eure Beiträge. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video, bis dahin, ciao, ciao.